Bis zum nächsten Mal! Na gut, die war ziemlich scheiße, hast recht. Haha, danke! Ich geh nicht so, ich geh da nicht so raus. So, Ippchen, Diebchen, Silberfiebchen, Ippchen, Diebchen da raus und du bist raus. Ach, tschüss dich, Leute! So funktioniert das nicht, ich guck mir die schon noch an. Na gut, ich würd's dir zutrauen. Heute nehmen wir die hier, morgen die, und dann löschen wir das. Dann löschen wir das hier, hoppala, das waren meine Finanzen. Schade, stell ich mir auch so bei der Inklausur vor. Oh Gott, nehmen wir mal das an, schreiben wir mal hier eine 1 plus 1 ist 2, vielleicht stimmt das ja. Also das 1 plus 1 ist 2, es stimmt ja. Ist nur die Frage, bei welcher Aufgabe du bist. Ist ja egal. Ja gut. Vielleicht ist die Aufgabe nicht richtig beantwortet, aber du hast nicht Falsches hingeschrieben. Haha! Hm. Naja, für die Aufgabe ist es falsch. Ich bin so Multiple-Choice-Käste, schreib ich so 1 plus 1 gleich 2. Nice, find ich gut. Dann bist du auf der Uni auf jeden Fall richtig. Ich male die immer bunt aus, ich male da so Kringel rein, aus einem hab ich ein Haus gemacht. Solange es nur ein Kästchen pro Zeil ist, bei dem du das machst, ist ja alles gut. Ja, am besten, ich male so das ganze Blatt einfach schwarz bis auf die Kästchen, die ich nehme. Muss man, wenn man so beim Multiple-Choice-Dings durchfällt, sagen. Ich hab immer nur die Falschen angebracht. Du hättest ja 3, ich bin übrigens beim Pferdchen. Ich auch. Hallo. Komm, ich komm mal hier rüber. Echt dich schön angucken. Hallo. Das ist sogar actually gut, wenn wir am Anfang zusammen sind. Das macht das Synchron... Hex. Ähm, das macht das... Boah, ich hab getroffen. Ich auch. Das macht das synchronisieren, der nicht getroffen. Ähm. Was ist es? Oh, das ist ein Leatherface und hier ist ein... Ach, ah. Komm schon. Nein! Hat er dich gefunden? Mhm. Zwei Blätze! Das belastet sich, ich glaub er hat einen random gefunden. Nein, er rennt mir hinterher. Komm schon, gib mir das. Wollte, Baby! Ich hab ihn Medical Chase und Randall, wenn dich nicht noch... Nein. Baited, Bitch! Was? Hast du ihn Kille gebaitet oder gegen... Im random! Ich war, ich war, ich war eine Sekunde schneller am Fenster zum Walton, während er geschwungen hat und ich so nyaaah. Tun, hüsste! es war aber keine absicht aber war schon beide wieso hatte denn so ein riesen herz schlag ist echt krass das jetzt oben in der kirche er geht nach links weg naja das bricht dann wenn du gerade rennst nicht machen wir kurz teabag ein bisschen ne rennst zum anderen dass du kindled hast ne ich sehe ihn er war bei unserem alten generator jetzt richtigen keller gehst du ihn holen oder soll ich ihn holen gehen ich bin gerade beschäftigt mit hexfield checks fang geil ich bin auch dafür in der kirche ich komme nicht weg soll ich helfen ja nee ich mache gerade meinen generator fertig dann komme ich der kämpft viel zu hart er kommt zu mir kommt zu mir ja okay ich gehe ich gehe ich gehe ich muss wie komme ich runter in den keller der hat den generator getreten oh ist oh ist oh ist er kommt plötzlich kommt kommt dauert giving lauf ich finde auch in den keller Ich hab immerhin einen Generator fertig. Wir sind nicht ganz ohne Ehre aus diesem Spiel gegangen. Immerhin nicht ganz unerrenhaft. Ich kann, ich weiß nicht wo er ist, der Hatschke ist so fucking laut. Ja. Der Radius ist echt riesig. Scheiße, der sieht mich. Scheiße. Ist der bei dir? Okay, ich komm raus. Ich hab jetzt Chase and Random, oder? Ja, 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 Chase and Random. Oh, Random hat die gestanden. Ich höre nur... Ich bin oben in der Köpfe. Er ist in der Nähe von unserem alten Generator. Ich weiß auch jetzt noch wo der war. Ah, weiß es oder wirklich? Da. Oh, schon, gib mir das Tack. Ex-Totum. Come on. Ne, da. Ich will mich noch nicht so ganz darüber aufbringen, dass ihr die Hext-Fieldchecks fällt. Digga. Ich komme zu euch. Ich weiß es nicht. Ich hab die ganze Zeit Druck auf dem Ohren. Ist der bei euch? Ne. Freust du dich einfach nur, dass ihr die Hext-Dinger nicht trifft? Ja. Sie ist skill... äh, sie fällt reiteinander. Ich bin voll am aufregen und dann fähre ich und dann, ja. Wir fehlen einfach beide. Ey, sein... das mit seinem Herzschlagradius... fuck mich ja... Ach, komm, leck mich doch. Jetzt hab ich den Generator aufgejagt. Hehehehe. Digga. Aber er kommt nicht zu mir. Ja, ungefähr... Also er kommt, aber ich glaube ich kann... continually Palmer, der ist irgendwo bei uns? Ja, er ist bei uns. Er ist bei uns. Er ist bei uns. Ah! Er nimmt die Random. Bööööööö. Ah, da ist er, ja, okay, da gehe ich da nicht hin. Ich müsste... Ich renne zu unserem Anfangsgenerator, falls er mir nicht mehr machte. Der ist noch nicht gekommen. Ich bin gerade noch im Generator mit dem Random. Das kommt schon ziemlich weit, zwei Viertel. Der ist im Keller. Der hat den in den Keller gebracht, ich dachte, warum ist mein Herzschlag so laut? Wohin kommt der? Ich sehe ihn gerade. Er kommt eher Richtung dir. Hallo? Ich verstecke mich gerade an dem Generator. Nein, er geht um die Kirche rum. Er kommt zu euch, er kommt zu euch. Ihr chillt beide da, ne? Ne, ist wieder in der Kirchenmitte. Er kommt zu uns, kommt zu uns. Okay, brecht ihr ab, ich kann den Generator nämlich ganz gut fällig machen. Ege, was machst du denn da? Oder soll ich den holen gehen? Ist er bei euch? Ja, er ist bei uns. Er kommt Richtung zu euch. Na ja, er kommt da unten. Ich verstecke mich, oder weiß ich nicht was. Mach was tolles. Ah, sie ist leider weiter in den Reihen gelaufen. Äh, der Generator, den wir am Anfang gemacht haben. Der ist weit? Der ist sehr weit. Da habe ich gerade den ganzen Tag gearbeitet. Ja, der bringt dir jetzt nochmal in den Keller. Wir müssen jetzt gleich überlegen, ob wir den holen. Oh nein, die hat ihn übelst weit noch gemacht. Er kommt straight hierhin, by the way, ne? Ja. Wo ist das andere Tor? Okay, er sieht mich nicht. Ich gebe dir vor, was entfernt ist. Gehst du ihn holen? Gehst du ihn holen? Nein, er ist bei mir. Ich glaube, er chaste gerade den einen. Also, wo ist die Kette drin? Nein, er ist bei mir. Fuck, 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 fuck. Ich bin random. Loll, er know it. Ich dachte schon, hey, warum man aktiviert, dass ich nicht seine Kettensäge. Naja, der lässt mich liegen. Der hat richtig Lust auf euch. Ich liege. Ah ne, ne, Moment, mich siehst du ja. Naja, er verpisst sich. Er ist jetzt kritisch. Gebt er dich auf, oder nicht? Hm, ich sehe ihn nicht. Ich habe auch keinen Herzschlag im Moment. Oh, shit, ich habe übelst einen Herzschlag. Ich habe jetzt auch wieder Herzschlag. Ich bin full... So gut es geht recovered. Er ist bei mir. 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 Zur Not verpisst dich. Er hebt mich auf. Hau ab, hau ab. Ja, ich sehe es. Hau ab, oder? Ne, er kriegt nicht nichts. Er wird mich hier vorne aufhängen. Er geht mich direkt hier vorne auf. Der will nicht. Der geht jetzt zum Tor. Er bringt mich zum Tor. Ich glaube, ich darf rausgehen. Der hat mich nicht gelegt. So, dass ich eine Sekunde kriegen muss. Wo ist der denn? Der steht direkt vor mir. Ich spiele noch ein bisschen mit dem. Mach noch das andere. Machst du das andere Tor auf? Ne. Er hat mich direkt aufgeholt. Er hat mich direkt aufgeholt. Er kommt. Du kannst jetzt laufen. Du kannst jetzt laufen. Ich kann mich frei wiggeln. Oder? Nein! Da ist ein Haken. Er hätte zum anderen Tor laufen müssen. Ich hätte auch einfach rauskriechen können. Ich wollte mich eigentlich noch so ein bisschen bedanken. Da habe ich im Kreis gedreht. Und ich dachte auch nicht, dass der Haken hier direkt am Tor hängt. Ja, der andere random verpisst dich. Ja, kann ich verstehen. Ja, komm. Der Attempt. Ich will es einfach. Der Attempt. Ich sehe mich da auf den Attempt. Ach, leck mich doch. Schaffst du es rauskriechen? Ne, ich glaube nicht, dass er mich lässt. Ja, wobei er sieht gut aus. Er ist jetzt bei mir. Er hat mich jetzt nochmal gehauen. Ja, ja. Ich glaube er lässt mich. Oder? Ah? Ne, er lässt mich nicht. Na klar. Belastend. Wo ist dein Decisive-Filmensport? Ich hing noch nie. Ich struggle noch. Ich struggle noch. Da kannst du dich befreien, oder? Oh, ja, ja, ja. Ne, das ist... Ich glaube es war schon. Doch, 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 doch. Das klappt, das klappt. Das klappt. Ich habe noch Zeit. Ich habe noch ewig und drei Tage. Ja, ja, ja. Ich... Doch. So. Kommst du raus? Das Spiel ist natürlich blöd. Ja, ich komme raus, denke ich. Nice. Immerhin das. Exzellent gespielt von uns beiden. Immerhin bist du rausgekommen. Aber ich muss... Das mit dem Herzschlag von dem... Das war 10 von 10 anstrengend. Das muss ich ehrlich sagen. Ich bin... Ich bin...